Hallo, ich bin Flo. Beim letzten Mal habe ich mich noch als Restaurant-Tester verwöhnen lassen. Super, dankeschön. Das war echt gut. Aber damit ist jetzt Schluss. Am 20. April startet wieder der große Puma Airport Run und ich habe mit meinen Kollegen hier in der Airport-TV-Redaktion gewettet, dass ich es schaffe, die 10,2 Kilometer zu laufen. Flo macht einen Airport-Run? Nein, das ist nicht sein Ernst, oder? Keine Chance. Vergiss es. No way. Der schafft das nie. 10 Kilometer, wie soll er das schaffen? Also klar, wenn er irgendwann ein Ziel kriecht, dann reicht es. Also wenn er das schafft, dann sage ich echt Respekt. Und jetzt gehe ich erstmal schön trainieren. Untertitelung des ZDF, 2020